Heute gucken wir uns mal an, wie wir Texte beschneiden können. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es um Texte. Und zwar nicht nur um Texte, sondern darum, Texte zu beschneiden und passend zu machen. Was heißt, jeder von euch kennt das, ihr habt ein richtig geiles Konzept entwickelt für eure Seite, dann kommt der Kunde und haut in so einen kleinen Teaser-Textfeld einfach 700.000 Zeichen rein und eure drei Zeichen, die ins Design passen, sehen einfach mit viel Text nicht mehr gut aus, und das führt zu Problemen. Das sollte man verhindern und wir können das Ganze mit JavaScript ziemlich leicht verhindern. Das heißt, wir werden uns darum kümmern, wie man Text oder Fließtext quasi an ein Textfeld anpasst, ohne es kaputt zu machen. Das heißt, wir werden da so Punkt, Punkt, Punkt hinter machen, sodass man weiß, okay, hier ist der Text abgeschnitten und es geht weiter. Man kann das auch beispielsweise verlinken oder sowas. Das Ganze ist nicht wirklich schwer und eignet sich für fast jede Webseite, deswegen gucken wir uns das jetzt einfach mal an. Wenn ihr Fragen, Probleme oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr Discord, da könnt ihr einfach der Community Join euch über das Thema austauschen oder einfach eine Runde zocken. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit dem eigentlichen YouTube-Tutorial. Erstmal zeige ich, was es heute geht. Es geht nämlich darum, einen Text hier drin zu haben, den wir beschneiden. Was heißt, hier das fügen wir am Ende hinzu und wir sagen, dass unser Text nur so lang ist und nicht so lang, wie es eigentlich wäre. Und zwar, dass dieser Text geht irgendwie bis hier unten. Das Ganze ist ziemlich einfach, aber vorher zwei kleine Punkte. Und zwar, der ein oder andere wird sich jetzt denken, hm, das werden wir mit JavaScript machen und das ist ein ganz schön langes Video. Das Ganze kann man doch einfach mit CSS machen. Und zwar gibt es dafür doch ein Tag. Und das stimmt. Und zwar bin ich hier auf der schönen W3C-Seite und habe mal was vorbereitet. Und es gibt nämlich diesen schönen Befehl oder das Attribut Text Overflow. Das Ganze funktioniert auch wirklich perfekt für sowas hier, wo ich ein Wort habe oder beziehungsweise eine Zeile und kann dann einfach Text Overflow Ellipses setzen. Und dann fügt er nämlich diese drei Punkte hinzu und das Ganze funktioniert ganz nett. Wenn ich aber, wie hier in meinem kleinen Beispiel, wo ich hier oben gerade einen ganzen Absatz hinzugefügt habe, dann zeigt das hier oben das nicht korrekt an und mit mehreren Zeilen funktioniert das einfach echt schlecht. Und hier kommt dann nämlich unser JavaScript ins Spiel, mit dem wir das Ganze ziemlich einfach hinzuaddieren können. Und damit legen wir jetzt los. So wie immer als erstes meine kleine Entwicklungsentwicklung, die ihr hier seht. Und zwar ist hier ein bisschen HTML. Hier in der Seite ist meine Standardentwicklungsentwicklung. Diese ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dazu später beziehungsweise gar nicht mehr in der Videobeschreibung. Da wird alles erklärt, was ich da mache. Hier in unserem HTML-Bereich habe ich im Prinzip einfach nur eine Diffbox mit ein bisschen Text drin, einer Klasse namens CutText, auf die wir uns später beziehen werden. Die im Prinzip sorgt, alle Elemente, die diese Klasse haben, schneiden den Text in sich selbst so zusammen, und dass es halt passt. Dann haben wir ein bisschen CSS, wo ich einfach nur diese Box ein bisschen gestalte, wo ihr hier seht, okay, es gibt so einen weißen Rahmen und hier drin muss unser Text reinpassen. Die hat eine Höhe und hat eine Weite und das Ganze passt sich an. In der Regel werden, oder dieses Skript funktioniert auch nur, wenn ihr eine Höhe und eine Weite gesetzt habt. Was heißt, wenn hier etwas beispielsweise auf 100% ist oder irgendwas mit Flex oder sowas positioniert wird, dann funktioniert das nicht, wobei man dann auch sagen muss, dann beschneidet ihr wahrscheinlich euren Text auch nicht dementsprechend, weil ihr ja sowieso ein flexibles Layout habt. Aber prinzipiell, wie gesagt, haben wir hier nur so eine Box, in die wir das später passend machen und unser JavaScript ist noch ziemlich leer und etwas nüchtern. Deswegen fangen wir damit direkt an. Und das Erste, was wir machen, ist, wir suchen uns erstmal alle Elemente, die wir stylen wollen. Und dazu sagen wir Text, Elements gleich Document Punkt und dann QuerySelectorAll. Und hier selektieren wir jetzt einfach alle mit Cut minus Text. Das ist jetzt ein Array von verschiedenen HTML-Objekten, mit denen wir arbeiten wollen. Und diese machen wir jetzt einfach mit einer ForEach-Loop. Und zwar sagen wir Elements gleich, zack, und gehen jetzt einmal mit einer ForEach-Schleife durch alle unsere Elemente. Und brauchen jetzt als erstes eine neue Funktion. Und diese Funktion heißt CreateNewText. Und die erwartet als erstes mal unser Element. Dann erwartet sie eine Höhe. Diese beschreiben wir mit einer Funktion, nämlich GetLineHeight. Und übergeben hier unser Element. Und eine Alternativgröße. In unserem Fall sagen wir einfach 26 Pixel, weil das die Alternativhöhe unserer Linien ist, die wir einfach vergeben auf unserer Seite. Und wir erwarten hier das, was wir später hinzufügen wollen. Das ist unsere Funktion. Aber wie ihr seht, haben wir hier zwei Funktionen erschaffen und benutzen diese. Und haben die noch gar nicht genauer definiert. Und das Erste, was wir jetzt erstellen, wir erstellen uns eine neue Funktion. Diese Funktion heißt GetLineHeight. Das Ganze sollten wir vielleicht auch da oben richtig benennen. Und diese Funktion erwartet ja, wie hier schon gesagt, einmal ein Element. Und außerdem erwartet sie im Prinzip einfach nur eine BasicFontSize. Und diese beiden Punkte können wir jetzt benutzen, um uns eine LineHeight zu generieren. Und das machen wir über Window und dann GetComputedStyle von Element. Was heißt, wir wollen einen berechneten oder nach JavaScript und CSS definierten Style unseres Elements ansprechen. Und in unserem Fall sagen wir hier einfach Line-Height wollen wir ansprechen. Jetzt haben wir hier ein String, was heißt LineHeight wird irgendwas sein wie 25 Pixel beispielsweise, denn es 25 Pixel sind. In unserem Fall soll unsere Funktion eine wirkliche Zahl, eine Höhe returnen. Und dazu sagen wir PassFloat und sagen hier einfach LineHeight. Allerdings so würde das funktionieren, sofern ihr nicht Chrome nutzt, beziehungsweise sofern wirklich LineHeight vergeben wurde. Weil in Chrome würde das jetzt undefined sein, weil unser Objekt hier beispielsweise kein LineHeight vergeben hat. Was heißt, wir müssen jetzt fragen, okay, wenn das Ganze ungleich normal ist, weil das ist das, was Chrome returnt, wenn nichts gesetzt wird, dann übergebe einfach LineHeight. Und sofern das Ganze nicht der Fall ist, übergebe Basic und Size. Was heißt, in dem Fall wird das einfach so zurückgegeben und in unserem Fall sollte uns diese Funktion, wir können das hier oben uns hier einfach mal ausgeben lassen mit Console.log, sollte uns diese Funktion jetzt einfach eine Zahl zurückgeben, hier sehen wir 26 funktioniert und wir können jetzt unsere nächste Funktion erstellen, nämlich unsere Funktion, Funktion CreateNewText. Zack, 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 zack und diese Funktion erwartet etwas mehr und zwar als erstes erwartet diese ebenfalls ein Element. Das nächste, was diese Funktion erwartet, ist eine LineHeight und das andere nennen wir einfach Fill. Das ist quasi das, was am Ende hinzukommt. und diese Funktion ist jetzt erstellt und wir können damit eine ganze Menge machen. Als erstes müssen wir hier einige Punkte uns definieren. Und zwar als erstes den Original Text. Original Text, das ist einfach unser Element und dann innerHTML. Damit haben wir unseren Text definiert, der da drin steht. Das nächste, was wir machen, ist Original Text Parts. Was heißt, wir definieren uns einmal die Wörter unseres Textes. Dazu gehen wir einfach hier in unseren Original Text und sagen Punkt Split. Und wir splitten immer bei einem Leerzeichen und haben hier jetzt praktisch ein Array definiert. Was heißt, wenn wir uns das hier einfach mal ausgeben lassen, console.log, bekommen wir einen kompletten Array aller Wörter zurück. Wir haben hier Element, habe ich irgendwie falsch gesetzt. Wo kann er das nicht lesen? Element. Ah, hier oben. Dann haben wir es natürlich falsch. Jetzt seht ihr hier, wir haben einen kompletten Array aus allen Wörtern, die in unserem Text vorkommen. Und das brauchen wir, um später die wieder zusammenzusetzen. Das nächste, was wir brauchen, ist drei verschiedene Punkte. Nämlich einmal unsere Font Size. Dann brauchen wir unsere Font an sich, also welche Schriftfamilie. Und wir brauchen unseren Font Style. Diese Punkte brauchen wir, um später unsere Schrift zu berechnen. Und dazu müssen wir jetzt wieder Window Computer Style nehmen. Das kopieren wir uns jetzt einfach dreimal hier unten hin. Und fügen hier als erstes an die Font Size. Was heißt, wir wollen die Font Size unseres Elements haben. Wir wollen hier die Font unseres Elements haben. Und hier unten wollen wir die Font minus Style unseres Elementes haben. Das Ganze können wir so nutzen. Beziehungsweise Font nicht, sondern Font Family, müssen wir natürlich sagen. So, und jetzt haben wir diese drei Sachen definiert. Und jetzt müssen wir nämlich etwas machen. Und zwar als erstes, wenn wir berechnen wollen, wie viel Text in unser Viereck reinpasst, müssen wir einige Variablen kennen. Wir müssen wissen, okay, wie viele Zeilen passen eigentlich in unseren Text. Das wären in unserem Fall fünf. Und wir müssen wissen, wie viele Zeichen pro Zeile können wir benutzen, um die einzelnen Lines zu berechnen. Weil wir haben hier einen Fließtext. Und dazu brauchen wir jetzt quasi unsere maximale Font, also Line weiter. Das heißt, eine weitere Variable, die nennen wir MaxLines. Und diese berechnet sich einfach aus unserem Element. Und hier der ClientHeight durch LineHeight. Die wir ja da oben an diese Funktion übergeben und in dieser Funktion hier berechnen. Das heißt, hier bekommen wir eine Zahl raus. Wie viele Zeilen wir benutzen dürfen. Und das nächste, was wir brauchen, ist die MaxLineLength. Das heißt, wie lang darf eine Zeile sein. Und dazu sagen wir ClientWid. Was heißt, die Weite unseres Elements ist die maximale Weite unserer einzelnen Zeile. Das nächste, was wir sagen, ist, wenn wir diese Funktion aufrufen, definieren wir uns ein Array. Dieser Array ist einfach leer. Und wir definieren uns eine Variable i. Die beginnt bei 0. Und das nächste, was wir machen, ist, wir nehmen uns jetzt hier unseren Array aus verschiedenen Wörtern und sagen, zack, for each word. Ups, nicht wird, word. So. Gehen wir jetzt durch unseren Array durch und versuchen jetzt etwas zu machen. Und zwar wollen wir später so etwas haben. Wir haben ein Array. In diesem Array haben wir einzelne Arrays mit word1, word2, word3. Das ist dann zum Beispiel, also hier in der ersten Zeile wollen wir quasi diese fünf Wörter wollen wir in unserem ersten Array haben. Danach wollen wir hier die nächste Zeile, die nächste Zeile und so weiter. Was heißt, wir wollen im Prinzip genau diesen Text, wie er hier gerendert wird, in einem Array nachstellen. Was heißt, wir müssen das jetzt aufgliedern. Und dafür brauchen wir eine zusätzliche Funktion, bevor wir hier weitermachen können. Und zwar diese Funktion hat die einfache, aber nicht ganz banale Aufgabe, uns die Weite eines bestimmten Texts zu berechnen. Was heißt, getText oder, ja, sagen wir einfach getTextwith. Und hier wollen wir einmal den Text. Wir wollen den Style unseres Textes. Wir wollen die Größe unseres Textes und die Schrift. Und wenn wir das Ganze haben, können wir jetzt etwas returnen, und zwar mass.round und sagen hier metrics.width. So, das wollen wir quasi später berechnen. Aber wie kommen wir da hin? Das Erste, was wir dazu brauchen, ist, wir müssen ein bisschen, ja, wir müssen eigentlich ein bisschen out of the box denken. Und zwar brauchen wir eine bestimmte Funktion aus dem Canvas-Umfeld. Wer damit schon viel gearbeitet hat, der kennt das wahrscheinlich, nämlich measure text. Und dann können wir hier einfach den Text messen. Das Ganze funktioniert aber nur, wie gesagt, in einem Canvas-Umfeld. Das heißt, wir erstellen uns jetzt quasi einfach ein Canvas. Was heißt, wir sagen document create element und sagen hier, wir wollen ein Canvas erstellen. Diesen Canvas benutzen wir aber nie. Was heißt, wir definieren uns jetzt einfach ein ctx-Umfeld. Und zwar sagen wir canvas.getContext2d. Was heißt, ups, 2d. Und das Nächste, was wir machen, ist, wenn wir das Ganze jetzt erstellt haben, haben wir ein 2D-Umfeld unseres Canvas. Und diesem Canvas wollen wir jetzt ein Font-Element hinzufügen. Und zwar, ups, dieses Font-Element hat standardmäßig unsere Sachen, die wir hier oben definieren. Das heißt, als erstes übergeben wir an unseren Canvas den Schriftstyle quasi. Das Nächste, was wir an den Canvas übergeben, ist unsere Schriftgröße und am Ende unsere eigentliche Schrift. Und jetzt können wir nämlich etwas machen. Und zwar definieren wir uns, was wir oben schon angefangen haben. Eine Metrik. Und sagen hier einfach, messe einfach den Text, der innerhalb dieses Elements hier vorkommt. Was heißt, am Ende spuckt uns das quasi die Länge oder einfach die Länge eines Textes aus. Und das ist ziemlich praktisch. Was heißt, wir können jetzt hier reingehen und sagen, console.log, berechne uns bitte den Text. Und wir müssen jetzt halt noch unseren Style vergeben. Das ist ja das Erste, was unsere Funktion möchte. Das Nächste ist unsere Schriftgröße. Das ist das Zweite, was unsere Funktion möchte. Und am Ende würde sie gerne noch unsere Schriftfamilie haben. Weil diese Sachen müssen wir alle übergeben, weil die Größe, die Familie und der Style Einfluss auf die Weite haben. Wenn ihr zum Beispiel Text bold habt oder so etwas, dann wird das Ganze ganz anders dargestellt und vermutlich länger dargestellt als Text, der beispielsweise korsiv ist oder so. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, haben wir hier das Problem, dass Text nicht definiert ist. Warum ist Text nicht definiert? Ah, natürlich, weil Text nicht Text ist, sondern Word. Und hier haben wir font of null. Das ist natürlich nicht gut. Warum funktioniert das nicht? Ah, hier oben ist natürlich ein kleines d rein. Und jetzt kriegen wir hier quasi die Länge für jedes einzelne Wort. Ihr seht zum Beispiel hier, das vierte Wort ist nur 22 Pixel lang. Und das vierte Wort ist hier halt dieses sit. Was heißt, das funktioniert. Wir kriegen jetzt die Länge jedes einzelnen Wortes. Das Ganze haben wir jetzt wunderbar hingekriegt. Was uns jetzt natürlich noch fehlt ist, wir müssen das Ganze, ja, deutlich, deutlich umfangreicher aufsplitten. Und als erstes sagen wir, okay, wenn Lines von i, also unser erstes Lines, nicht definiert ist, dann definiere uns bitte i. Was heißt, wir sagen einfach Lines von i soll jetzt bitte einfach zu einem leeren Array werden mit Word drin. Was heißt, wenn es gerade noch leer ist, dann soll es einfach, ja, einfach das Word nehmen, was gerade aktiv ist und uns bitte hinzuschreiben. Das nächste ist, wenn die Weite unseres Textes, also wenn die Weite unseres Textes kleiner ist als die maximale Länge einer Zeile, dann soll bitte etwas weiteres passieren. Und zwar soll in unserer aktuellen Zeilen, der wir gerade arbeiten, unser aktuelles Word hinzugefügt werden. Aber Moment, jetzt müssen wir überlegen, wenn nämlich unsere aktuelle Zeile, die wir jetzt haben, kleiner ist als unser Word und wir fügen es dann hinzu, ist dann nicht unsere Zeile eventuell länger als unser aktuelles, mit unserem aktuellen Word zusammen. Was heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist die aktuelle Zeile, die hier als Vergleichsmedium dient und ich versuche jetzt das Wort hinzuzufügen, dann wäre es eigentlich länger als unsere maximale Zeile und das würde nicht funktionieren. Was heißt, wir müssen hier jetzt ein bisschen was ändern und zwar müssen wir nicht nur unser Word nehmen, was wir vergleichen, sondern wir müssen hier drin als erstes unsere komplette Line nehmen, die wir gerade vergleichen wollen als Medium. Verbinden diese einfach mit einem Join und Leerzeichen, ups, hier drin müssen Leerzeichen, so. Und das nächste, was wir machen ist, wir fügen auch unser Word hinzu, was heißt, hier soll auf jeden Fall auch noch unser Word mit in diese Berechnung bezogen werden und wir fügen auch noch unseren Fill hinzu. Was heißt, der, wenn der zum Beispiel an dieser Zeile am Ende kommen sollte, muss der auch noch mit reinpassen können. Und in dem Moment, wenn ich das Ganze abspeichere, haben wir hier schon ein Array erstellt und wir geben jetzt einfach mal Lines aus und haben jetzt hier ein Array aus beispielsweise hier zwei Elementen und das werden hier unten halt bis zu fünf. Und das Ganze ist nicht wirklich sinnvoll, was heißt, ihr seht hier, es funktioniert. Wir haben zwar bis sit berechnet, aber ja, irgendwie fehlt da noch was. Und zwar müssen wir, wenn das Ganze nicht der Fall ist, in die nächste Zeile gehen. Und wenn wir das jetzt so speichern und das Ganze hier uns angucken und Lines vielleicht nicht in der For-Loop angucken, sondern hier drunter, dann kriegen wir hier einen Array aus Arrays und zum Beispiel in unserem ersten Array geht es bis sit. Was heißt, bis sit würde er das Ganze hier als akzeptabel ansehen. Wenn er hier beispielsweise auch noch unser Fill, also in unserem Fall das hier einfügen würde, würde das noch bis sit passen, danach nicht mehr. Und das ist soweit korrekt. Man könnte das jetzt natürlich noch ein bisschen weiter ausklügeln, dass er zum Beispiel das nur in der letzten Zeile immer berechnet, ob sit passen würde oder nicht. Das müsste man eventuell noch ein bisschen erweitern. Das kann gerne jemand von euch machen und das in den Videokommentaren verlinken. Dann füge ich das gerne als angepinnten Kommentar hinzu. Ansonsten müssen wir jetzt eigentlich nur noch weitermachen mit damit im Prinzip unser Let Final Lines zu bestimmen. In unserem Fall ist unsere Final Line erstmal grundsätzlich leer, ist ein String und das nächste, was wir machen, ist, wir sagen unser Element und dann in der HTML und hier würden wir jetzt gerne ein String natürlich hinzufügen und zwar Final Lines und am Ende noch natürlich unser Fill. Okay, das Ganze können wir so schon mal abspeichern und haben jetzt hier unseren Fill eingefügt, weil unser Final Lines ist ja noch leer. Aber was genau ist jetzt in unseren Final Lines? Und zwar haben wir unsere Lines berechnet. Wir haben ja hier, sehen wir ja unseren Array aus vielen kleinen einzelnen Zeilen und sagen jetzt hier Lines.slice, was heißt wir zerlegen unseren Array von 0 bis MaxLines, weil wir haben ja hier oben unsere maximale Anzahl an Höhen berechnet, indem wir die Zeilenhöhle, äh das Element durch die einzelnen Zeilenhöhe geteilt haben und sagen jetzt, okay, wir wollen zum Beispiel hier, weil wir wissen hier, hier dürfen nur fünf Zeilen drinstehen, die ersten fünf Zeilen nehmen und hier sagen wir einfach for each line, wollen wir gerne hier unten das Ganze erweitern. Und zwar sagen wir, wir wollen gerne Final Lines und hier sagen wir gleich Final Lines, beziehungsweise das können wir schöner machen, sagen wir so und plus einfach die nächste Line und diese verbinden wir mit Join und Leerzeichen, weil die besteht ja nicht aus einem String, sondern aus einzelnen Wörtern. Und wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, sehen wir hier, wir haben einen Text generiert, der perfekt in diese Box reinpasst und wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, ich möchte jetzt gerne, die Konsole schließen wir mal, ich möchte jetzt gerne eine größere Box haben, zum Beispiel eine Box, die 25 Rem hoch ist, dann generiert sich das und er erzeugt mehr Zeilen, allerdings bindet ihr hier unten direkt immer so bündig ab, dass es immer in diese Box reinpasst. Das heißt, wenn ich beispielsweise sage, ich möchte jetzt nur 24 oder 23, dann cuttet er das, wie ihr gerade gesehen habt, schön zusammen, dass es so passt und so könnt ihr im Prinzip jetzt unendlich viele Elemente so verbinden. Das heißt, wir könnten auch einfach dieses Element nehmen und hier drunter machen und es würde genauso mit zwei Elementen funktionieren. Auch wenn hier beispielsweise unterschiedlich viel Text drin ist, würde das genauso gut funktionieren. Was heißt, das ist immer noch zu viel Text. Nehmen wir mal das hier weg. So, zack, würde das verbinden. Was heißt, auch mit weniger Text funktioniert das Ganze wunderbar. Und ihr könnt so euren Text quasi passend für eures Layout anpassen und gestalten. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme oder sowas habt, Kritik, dann schreibt doch einfach mal unten auf Twitter oder auf Instagram. Ansonsten, wenn ihr so schnell supporten wollt, findet ihr dort auch Amazon Affiliate oder andere Affiliate-Seiten, wo ihr diesen Channel etwas unterstützen könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.